Richtig. Ey, was ist das für ein Dribbling? Digga, ich geb dir nicht größter Kopfnuss. Man. Digga. Dieses Game ist einfach... Es ist fucking Simon. Ich schwöre, wenn der gleich nicht auf der Karte 99 Dribbling hat, dann ist das wieder eine Frechheit, wie der da gerade den Ball geführt hat. Meine Fresse, wie kann ein Unternehmen so krass unterwegs sein, Alter? Wie kann ein Unternehmen so korrupt sein, Alter? Was? Das ist so sinnbefreit, Mann. Es ist so sinnbefreit. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist... Ich schieße ins Eck, Mann! Ich mach einfach... Drei... Zwei... Eins... Letztes, allerletztes Weekend League Spiel. Fickt euch, Digga. Oh, ich hab mir den in die Eier gehauen! Ah, fuck, Mann! Was macht mein Torwart?! Uhrensohn, Alter! Schmeichel, du Uhrensohn! Wo siehst du Ndombele? Ja, da! Oder was meinst du? Ach, du meinst Preis... Oh... Durch! Oh, gut gespielt! Jetzt hast du noch. Oh! 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 Oh!! Oh! 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 Niederlände! Ja! 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 Das klauen! Ja! 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 Mann! Erste Mal in meinem Nebenklick! Ja! Ist das geil gespiel gewesen alter das ist fußball nicht diese rich kacke da beziehungsweise directional nutmeg was war das denn Das muss ein Walkout sein. Was? 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 Und ich hab dir das Gegentor. Mach die laboratory an! Scheiss Game! Okay, upsides oh mein gott oh mein gott ja ja tot tot ruhe was 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 ich dachte jetzt kommt bruno fernandes oder oder cancelo ich hätte mich gar nicht gewundert wenn der reingang wäre was war das für ein tor was verr許 was passiert ich muss Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal. Digga was war das denn? Manee du... Manee... Boah. Ich sag jetzt gar nix, wo ich was Falsches sage. Ich kann wirklich ausrasten, ey. Pur in so'n Spiel. Pur in so'n Spiel, Mann. Ich würde so gerne den Kontroll komplett den Bildschirm kaputt treten. Ja? Irgendwann. Liedmann! Ja! Ja! Liedmann! Oh nein. Mein Auge juckt. Viera, du bist wirklich der Sohn einer billigen Schlampe. Die ich hätte kaufen sollen damals. Das funktioniert auch. Was sag ich zu CR7? Ist mit Abstand der beste Spieler in meinem Team gerade. Mit Abstand. Da ist er. Siehst du? Was glaub ich schon mal. Bruder! Hervorhebte, ist ganz wichtig. Hört ihr? Das ist zwei mal weh, Bia. WE do think this weh, noch mal so, this kräftige weh, that we have... du weh, das ist zwei mal so, wir sind unsere Menschen. Es ist eine bleed, die wir halten. Untertitelung des ZDF, 2020